Osterfeuer, immer stärker. Da ist jetzt der ganze Osterturm. Das ist gesammelt. Der Winter, sobald war, ist es voll so angenehm, ein bisschen in der Werbe. Die Schielehrer von Natura. Bocken auf, Hilde. Wir haben heute schon einmal geredet. Ja, bravo. Wir haben ein Bier abgestoßen. Jetzt geht's da hin. Die Hilde. Schnell. Das ist natürlich deshalb ein Geiselherrer, ich werde noch das único, das ist halfway, des bis was sie? Bring könntest du da?